Audio Now Neon Unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst Herzlich Willkommen zum Unnützes Wissen Durchatmen Ihr da draußen Hallo Seid achtsam Hört auf euch, hört auf eure innere Stimme Atmet tief Ein Jetzt geht's Auf einmal geht's richtig gut Und damit herzlich willkommen zum Unnützes Wissen Podcast Mit Ivy Hase an meiner Seite Hallo Ivy Na, alles gut? Ich bin schön Ich weiß nicht, wie Leute sich das manchmal so vorstellen Wie wir aufnehmen Wir haben hier einen Zettel Den wir zusammen übers Internet Gleichzeitig angucken können quasi Und da stehen einfach nur Diese Fakten drauf Und sonst planen wir gar nichts Ne Also Wir fangen halt einfach an und labern Und ich Hab auch andere Ich bin ja nicht nur in diesem Podcast Ich betreue ja auch andere Podcasts und denke mir andere Podcasts aus Und immer wenn ich dann so auch meinen Kollegen erzähle Dass wir hier einfach wirklich gar nichts skripten Dann sind alle so Hä und was Und auch in einem anderen Podcast Die schreiben sich alle viel mehr auf als wir Aber wir sind einfach so ein gutes Team, Lars Wir schaffen das auch ohne Ja und wir sind authentisch, Ivy Ist das nicht schön? Das ist toll Wir sind ja eine Mischung aus Laber, Podcasts und Informationen Wer uns zum ersten Mal zuhört Niemand hört uns gerade zum ersten Mal zu Aber wir haben immer so ein paar unnötige Fakten für euch Die wir präsentieren Und wir haben aber auch eine Meinung zu vielen Fakten Und reden dann auch viel zu lange teilweise über die Dinger Aber so sind wir nun mal, ne? Ja und es beschweren sich auch voll oft Leute Die sagen, ja aber es müssten mehr Fakten sein Und die reden so viel Aber es ist mir scheißegal Ja und es gibt auch viele, die sagen Es ist doch schön, dass ihr ein bisschen rumlullt Und deswegen lullen wir einfach schön weiter heute Mit einem ganz brisanten Thema, würde ich fast sagen Sollte eigentlich keines sein Aber für viele, ja, scheint es irgendwie ein Riesending zu sein Oft darüber zu sprechen Oder sich Gedanken darüber zu machen Und deswegen freue ich mich auf diese heutige Folge Ja, Arbeitstitel würde ich sagen Gender Vielleicht entwickelt sich im Laufe der Folge noch ein anderer Titel Aber vielleicht steht da jetzt auch schon Ehe schon Gender drüber Und ihr wisst schon, über was wir heute reden Aber ja, Gender Unser heutiger Werbepartner ist Kia Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb sind ja in aller Munde Aber was hält mich eigentlich davon ab, eins zu fahren? Die Kosten, die Reichweite, der Ladevorgang Oder die Sorge, dass es nicht genügend Ladestationen gibt? Sicher wollt auch ihr auf all diese Fragen eine Antwort bekommen Diese liefert Kia auf www.kia.com Und bietet gleichzeitig Lösungen an Etwa indem man Förderprogramme für Plug-in-Hybride, E-Fahrzeuge und Wallboxen für zu Hause aufzeigt Oder mit Kia Charge, das Laden so einfach wie Tanken macht Denn zusammen mit Ionity verschafft es euch Zugang zu fast allen Ladepunkten in Deutschland Und zu über 148.000 Ladestationen in Europa Mit nur einer Karte So weit, so gut Aber sicher möchtet ihr auch wissen, wie es um die Auswahl an zukunftsweisenden Fahrzeugtypen bestellt ist Kia bietet euch eine große Palette an elektrifizierten Modellen Von Hybrid über Plug-in-Hybrid bis vollelektrisch Die euch dank ihrer hohen Reichweiten zuverlässig ans Ziel bringen Immer mit der 7 Jahre Kia Herstellergarantie Die natürlich auch für die Batterie gilt Weitere elektrisierende Infos gibt es auf www.kia.com Mein allererster Gedanke ist Die Gender-Debatte Also übers Gendern an sich Mir fällt es auch manchmal schwer Aber ich versuche es immer zu gendern Wenn ich schreibe, mache ich es immer mit Doppelpunkt Das fällt mir schon mittlerweile sehr leicht Aber es ist natürlich Ein Thema, was viele Warum auch immer, ich verstehe es einfach nicht Aber viele auf die Palme bringt Und zwar richtig, da werden die Leute richtig böse auch teilweise Aber ich kann es nicht nachvollziehen Weil dadurch, dass man gendert Nimmt man niemandem was weg Ja Oder? Also das ist immer so mein Argument Wenn von irgendwem kommt Oh, jetzt hier, Tagesschau wird jetzt plötzlich gegendert Das ist ja, das macht die Sprache kaputt und bla Ist mein Argument immer Es nimmt dir nichts weg Ja, also ich glaube Wir müssen wahrscheinlich jetzt auch nicht groß erklären Wieso es sinnvoll ist zu gendern Oder nicht Weil wir beide sind ja davon überzeugt Dass es sinnvoll ist Und auch ich muss es erst noch lernen Ich vergesse das ganz oft auch Oder dann mache ich es falsch Oder keine Ahnung Und das ist natürlich ein Prozess In den man erst reinwachsen muss Und wo man erst mal was lernen muss Und ich glaube, wir sind uns beide einig Dass es sinnvoll ist, es zu tun Wie es dann gemacht wird Das ist, wie gesagt, ein Prozess Der noch nicht abgeschlossen ist Wo ich auch teilweise finde Naja, das ist, finde ich sinnvoll Das klingt irgendwie doof Oder so Und vor allem finde ich Dass man sich irgendwann mal einigen muss Ob die einen jetzt einen Doppelpunkt machen Oder ein Sternchen Oder das Binnen-I Oder was auch immer Schön wäre es, wenn wir da irgendwann mal Eine Lösung gefunden haben Und natürlich ist alles irgendwie Ein bisschen sperrig So, weil man es nicht gewohnt ist Aber mittlerweile muss ich echt sagen Dass es mir negativ auffällt Wenn Leute nicht gendern Es ist nicht so, dass ich dann sage Was sind das für Schweine Sondern ich stolper dann da kurz drüber Wenn nicht gegendert wird irgendwie Ja, und das ist doch schön Da sind wir an einem schönen Punkt angekommen Da kann ich noch erzählen Darüber haben wir ja noch gar nicht In der ersten Folge jetzt gesprochen Weil durch unsere Staffelpause Haben wir ja quasi Im Podcast gar nicht live Diesen Hype um Clubhouse Mhm Äh, thematisieren können Vielleicht machen wir auch noch Eine Social Media Folge Aber mittlerweile ist es ja auch Wieder voll abgeflacht Aber Ich bin da in so einen Raum gestolpert Einmal Und Das hat sich schnell herauskristallisiert Dass der Raum schon länger offen ist Und dass die Original-ModeratorInnen Gar nicht mehr da waren Also es wurde quasi übernommen Von der Crowd Und fand ich halt voll interessant Allein schon diese Dynamik zu sehen Aber da waren dann vier Jungs Die sich über das Gendern unterhalten haben Und das war dann auch das erste Mal Dass ich wirklich Bei Clubhouse musst du ja die Hand heben Damit du auch sprechen darfst Und das war das allererste Mal Dass ich dann die Hand gehoben habe Und gesagt habe Hey, hi, ich bin Ivy Ich bin eine Frau Und ich fände es schön Wenn ihr auch Frauen Zum Beispiel mit in die Diskussion nehmen würdet Weil Einer war pro Einer war kontra Und der Das Problem war, dass der der kontra war Aber auch nicht mal aus so einem Grund Oder nicht mal so Per se kontra Sondern er hat nur gesagt Ja, er versteht nicht Warum man jetzt FreundInnen sagen soll Er kann doch auch einfach FreundInnen sagen Und dann habe ich mich halt gemeldet Und gesagt Ja, pass auf Das Sternchen ist wichtig mitzusprechen Weil es ja auch Nonbinäre Menschen einschließt Also es geht ja nicht darum Dass man halt Männer und Frauen Sondern auch alle Irgendwie mit einschließt Und dann war es so Ach so, ja stimmt Okay, ah danke Also ich glaube Da herrscht einfach noch ganz viel Unwissenheit Und ich glaube Da ist es halt auch ganz wichtig Auch eine diverse Diskussion zu haben Finde ich auch Aber auch hier Ist glaube ich noch nicht Die letzte Antwort gefunden worden Also ich finde Das ist auch Also ich finde es total legitim Wenn man Freundinnen und Freunde Das so ausspricht Und eben nicht Das Binnen-Ihr Also FreundInnen sagt Finde ich Auch noch total in Ordnung Es gibt sicherlich viele Argumente Dagegen So, ne Aber Da habe ich jetzt auch noch nicht Abschließend eine Meinung gefunden Und das ist ja auch völlig in Ordnung Man hat ja immer so das Gefühl In der heutigen Zeit Müsste man sich so ganz klar positionieren Und nö Ich mache auf jeden Fall mit Sternchen Alles andere ist Quatsch Oder eben einen Unterschied Und man kann auch einfach mal zugeben So, dass das im Moment Ein Prozess ist Der ongoing ist Und der noch nicht abgeschlossen ist Um es auf Deutsch zu sagen Und das ist völlig in Ordnung so Okay Aber wir haben ja nicht nur Das als Thema In unserem Thema Deswegen habe ich auch gesagt Schauen wir mal Was der Titel dieser Folge wird Aber um das zu zeigen Fangen wir einfach mit Und unsere ersten Rubrik an Die schnellen Fakten Schnelle Fakten Land Lungenschnecken Haben sowohl männliche Als auch weibliche Geschlechtsteile Cool für sie Ja, die haben die Diskussion nicht Richtig Die ersten Cheerleader In den USA In den USA waren Männer Bei einem Football-Endspiel Zweier Universitäten 1889 Wurden erstmalig Anfeuerungsrufe Einstudiert Das habe ich jetzt so richtig Werbestimmen-mäßig gesagt Warum auch immer Du wirbst für mehr Männer Im Cheerleading Ja, ich finde so die Frage Immer super interessant Was ist denn eigentlich Männlich und weiblich Und wie man halt so Stereotype auch brechen kann Ich habe tatsächlich Das hört man glaube ich Nachher im Interview auch nochmal Weil ich es da auch erwähnt habe Aber ich habe mir Meine Beinhaare wachsen lassen Einfach aus Faulheit Tatsächlich Also nicht mal mit dem Grund Jetzt irgendwie zu gucken Ob das jetzt Was macht das mit meiner Weiblichkeit Oder sonst irgendwas Und habe sie mir Gestern dann tatsächlich Wieder rasiert Und habe festgestellt Dass es überhaupt Gar nichts mit mir gemacht hat Nee Also währenddessen nicht Und auch danach nicht Nee 0,0 Aber ist das nicht schön Das ist doch ein schönes Ergebnis Oder Ja Finde ich auch Dieses kleine Experiment Ja For your information Das passiert in meinem Leben Gerade mehr habe ich nicht zu Das ist völlig in Ordnung Das hat mir ausgeräumt Aber ich fand das auch schön Mit diesem Cheerleading Weil man ja oft in solchen Diskussionen Auch auf Leute stößt Die sagt Na das und das Und das ist schon lange Tradition Und das machen wir schon immer so Und oft musst du einfach nur so 100 Jahre zurückblicken Und merken ja Okay die tausend Jahre davor Hat man das eben anders gemacht Und deswegen ist es immer Ein schlechtes Argument zu sagen Das machen wir schon immer so Und das kennen wir halt so Ja finde ich auch Also damit kann man halt auch Irgendwie so Hardliner Ob das jetzt Leute sind Die irgendwie rassistische Ansichten haben Oder halt irgendwie toxisch Maskulin Sich äußern Kannst du immer sagen Ja und vor 100 Jahren Wurden Hexen verbrannt Also 100 Jahre stimmt nicht Das ist schon ein bisschen länger her Aber Ist halt irgendwie so Ja wir haben es schon immer so gemacht Zählt halt irgendwie einfach nicht Finde ich auch In Kuba sind Geschlechtsumwandlungen Kostenlos Applaus für Kuba Ja Gutes Gesundheitssystem Ich war einmal mit meinem Besten Kumpel im Urlaub In Kuba Und er hatte da auch So ein kleines medizinisches Problem Mit seinem Herzen Kleines medizinisches Problem Mit dem Herzen Naja also Sagen wir mal so Er dachte er hätte einen Herzinfarkt Und Weil er mit einer Lungenentzündung quasi Die gerade abgeflacht ist Oder geheilt war In Urlaub gefahren ist Und Dann hatte er so Herz So Schmerzen am Herzen Und dann sind wir In Kuba Ist er bei mir auf dem Roller hinten drauf Ich dachte Ich bin Also ich war quasi Der Krankenwagen Der ihn dann Zur Praxis gefahren hat Und dann waren wir auf jeden Fall überrascht Wie schnell wir da dran kamen Wie professionell das alles ablief Also Das sagt man ja In solchen kommunistischen Staaten Dass so Gesundheitssysteme Oft ganz gut funktionieren Ich habe da jetzt keine Studien angestellt Aber ich kann sagen An dem Abend hat es ganz gut funktioniert Und Mein Freund hat überlebt Und Das ist doch das Wichtigste Das ist das Wichtigste Dass wir alle gesund sind Die Volksgruppe der Bugis Auf der indonesischen Insel Sulawesi Hat traditionell fünf bezeichnete soziale Geschlechter Woneben den biologischen Zweigeschlechtern Drei soziale Gender-Identitäten Kalalai, Kalabai und Bisu entstehen Bisu, die Aspekte von Männern und Frauen vereinen Werden meist in ihrer Funktion als Schamanen hoch geschätzt Auch wieder so Könnte man auch sagen Es ist nicht Das hat man schon immer so gemacht Gab es nur immer Mann und Frau In anderen Kulturen ist das ganz, ganz normal Das stimmt Also man muss nicht mal irgendwie 200 Jahre zurückblicken Sondern manchmal reicht es auch Wenn man ein paar Kilometer weiter in andere Kulturen blickt Spannend Drei bis fünf Prozent der männlichen Meerschweinchen gelten als schwul Wer hat denn einen schwulen Wellensittich? Ja, wie hat sich das geäußert? Ja, die haben versucht Kinder zu machen Aber hat das funktioniert? Nein, das hat natürlich nicht funktioniert, leider Aber als dann der eine gestorben ist Das ist ja auch so eine Sache mit Wellensittichen Die brauchen eigentlich Das sind ja Schwarmtiere Und deswegen ist das eigentlich ganz schlimm Dass man die einzelnen Käfigen hält Und dann ist das Problem ganz oft Dass wenn du sie schon versuchst Art gerechter zu halten Und zwei hast Dass wenn einer stirbt Dass es dem anderen halt so unglaublich schlecht geht Der war so Der hatte ein gebrochenes Herz Und ist dann auch kurz darauf gestorben Ach, das ist die traurigste Geschichte aller Zeiten Das war sehr traurig Ist ja generell auch in der Tierwelt Viel normaler, als man das denken würde Dass Tiere homosexuell sind Da habe ich mal das Ich habe ja früher einen YouTube-Channel gehabt Seriously hieß der Und den gibt es natürlich immer noch Heißt aber jetzt, wie ich heiße Und da habe ich früher ein Video auch gemacht Und habe mir so die Homosexualität In der Tierwelt angeschaut Um zu zeigen, wie natürlich Das im Endeffekt ist Und ja, da habe ich natürlich auch sehr viele Widerliche Kommentare lesen müssen Und löschen müssen Dazu kann ich nichts sagen Eins von 4.500 Neugeborenen in Deutschland Hat kein eindeutiges Geschlecht Ist einem auch nicht bewusst Das ist ja gar nicht so unhäufig Gar nicht so selten, ne? Da ist, das ist auch so eine Sache Da habe ich mich, da gebe ich ganz Das gebe ich gerne zu Mich bisher viel zu wenig informiert Und habe da fast gar kein Wissen drüber Sollte man vielleicht mal anstellen Begegnen sich zwei Plattwürmer Wird ausgefochten, wer welches Geschlecht übernimmt Der Verlierer übernimmt die weibliche Rolle Die zwei geschlechtlichen Plattwürmer Betreiben Penisfechten Sie richten sich auf Strecken ihre Penisse wie Schwerter nach vorn Und umtänzeln sich Wer als erstes mit dem Penis zusticht Hat gewonnen Und besamt den Konkurrenten Ich finde, das ist nicht so weit weg Von der Weltpolitik Die Natur ist so abgefangen teilweise Stell dir das mal vor Das wäre bei uns auch so Also ich meine, das wäre ja dann normal, ne? Ja Also, aber trotzdem Wie absurd Aber eine schöne Vorstellung Und das würde ich dann Samstagabend live übertragen Würde, glaube ich, einige Probleme Beseitigen Voll Der durchschnittliche Text einer SMS Ist bei Frauen laut einer Untersuchung Britischer Wissenschaftler Mit 84 Zeichen Deutlich länger als bei Männern Wie ist das bei dir so? Also um jetzt mal so in die Stereotype zu gehen Ich bin ganz kurz angebunden über WhatsApp Also wenn wir jetzt unseren WhatsApp-Verlauf anschauen Da schreibst du schon eher mal was Längeres Das stimmt, ja Ivy ist immer sehr, sehr kurz Fast sich immer sehr kurz Und ich finde, man muss immer den Menschen erstmal kennenlernen Um das zu verstehen Ja, oh Gott Jetzt fängst du damit an Das ist Immer wieder kriege ich das von auch Freundinnen zu hören Dass ich da halt einfach irgendwie Oft mal Vibes sende Die ich gar nicht beabsichtige Aber voll oft kriegt dann so Hey, ja, ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, du bist sauer Und ich denk mir so Hä? Was? Ich hab halt einfach okay geschrieben Sorry Ja, das ist Ich kenn dich ja mittlerweile Deswegen weiß ich jetzt auch, dass du es nicht so meinst Aber anfangs hab ich das schon auch gedacht Und das geht mir bei vielen so Aber eigentlich ist es ja auch traurig Dass du mittlerweile dich schon so an so Emojis auch gewöhnt hast Dass du das Gefühl hast Wenn jemand keine Emojis Nicht noch ein Lach-Emoji nach irgendwas macht Dann hast du das Gefühl, der ist irgendwie sauer Oder so Wenn du gerade mit Leuten viel Emojis hin und her schickst Eigentlich sollte man sich davon befreien Eigentlich muss man es genauso machen, wie du das machst Aber ich benutze eigentlich sogar mehr Emojis Als mir eigentlich lieb ist Weil ich damit versuche zu kompensieren Dass ich nicht so gesprächig in Schriftform bin Und dann so einfach noch das dazu Da kam dann aber schon wieder die nächste Diskussion Weil ich benutze unproportional viel Den Lachsmiley mit dem Schweißtropfen Ja, der das so richtig lustig findet Dass er schon anfängt zu weinen oder zu schwitzen Man weiß es nicht genau Ja, und ich benutze den als so Bei mir bedeutet der So ein bisschen unsicheres Aber ich auch nicht mehr Ne, ich benutze den einfach wirklich inflationär Und da wurde auch schon gesagt So, Ivy, ich glaube, wir verstehen diesen Smiley falsch Und ich so, hä? Wie verstehst du den bitte? Ja, als so ein bisschen auch Ich glaube, die Situation wurde mir dann unterstellt Dass ich es halt nicht ernst nehme Oder keine Ahnung Was sind so hä? Aha, okay, spannend Das ist ja sowieso auch eine Wissenschaft für sich Wie man Emojis interpretiert Eigentlich sind die ja dafür kreiert Dass man exakt weiß Was damit gemeint ist Aber es gibt schon so viele Interpretationsmöglichkeiten Bei der Aubergine und Co Also für dich ist das mit dem Schweißdienst Es ist ein hä Und wie ist das Wie würdest du das nachdenken? Nein, das ist kein hä Ich benutze es auch als Lachsmeile einfach So ein hä Und was ist das mit dem richtigen Als die Vorstufe zu dem Zwei-Tränen-Lachsmeile Aha, und wie ist das Wenn diese zwei Tränen Wie würdest du das bezeichnen? Also ich will den Ton nur hören Also richtig, richtig dolle Lachen Sehr gut Wenn ich dir das schicke Dann finde ich es wirklich witzig Ja, aber du bist ja zum Beispiel auch einer Da sind wir auch unterschiedlich Du bist ja auch eine Anruferin Du schreibst ja nicht gern Du rufst ja gerne an Ja Und ich hasse es zu telefonieren Du hast das, ich weiß es Und wenn ich jemandem schreibe Und dann kommt direkt ein Anruf zurück Dann denke ich mir ja Was glaubst du, warum ich geschrieben habe Und nicht angerufen habe Es tut mir leid Aber man kann so viel einfach mehr klären Und ich merke auch Wenn ich dich dann wirklich anrufe Da kommen wir einfach nicht zusammen, Lars Wir müssen uns halt verabreden Von der Aufnahme Und dann wird halt nur da kommuniziert Und ansonsten sehen wir uns halt nicht Ist halt so Ja, das ist so Wir kommen nicht weiter sonst Ja Und das liegt dran Dass wir so unterschiedliche Schreiberlänge sind Und du schreibst so kurz Und telefonierst dafür lange Ich schreibe lieber lang Sprachnachrichten sind doch eigentlich Ein schönes Zwischending, oder? So ein Mittelding Ja Also schicke ich dir ja auch öfters mal Ja, da kommen wir zusammen Mit Sprachnachrichten kommen wir zusammen Okay Aber dann auch bitte Wenn es wirkliche Infos gibt Mit Datum und Uhrzeit und sowas Dann muss man halt schreiben Das mach sogar ich dann Ja, das stimmt Weil ich erwische mich auch oft dabei Dass ich dann so Sprachnachrichten sehe Und dann mir denke Ja, das höre ich mir später an Wenn ich Zeit habe Ja, aber oft sind es dann so super dringende Sachen Wie, ja, kannst du mich jetzt bitte mal sofort zurückrufen? Ja gut, das wäre albern Dann könnte man auch gleich anrufen Aber gerade bei so wichtigen Fakten Und so Ist der gute alte Text sicherlich die beste Lösung Bei der Sache, die wir gerade vorgelesen haben Ihr habt es schon gemerkt Da kam SMS vor Das heißt, es ist schon ein bisschen älter Von 2005 ist diese Meldung Ähm, heute hat sich das vielleicht geändert Wenn ihr WissenschaftlerInnen seid Dann könnt ihr dazu ja Einen aktuelleren Bericht einfach uns liefern Die Ameisenart Das ist eigentlich so ein Ivy-Ding Die Ameisenart Mizozeperus Ne, Mizozepu Die Ameisenart Mizozepurus Smidli Das lassen wir alles genauso drin Die Ameisenart Die Ameisenart Oh, jetzt hättest du das was, meine Lieben, mit dir trinken Jetzt wisst ihr auch, warum wir uns so wenig aufschreiben Weil wenn wir uns was aufschreiben, können wir es nicht lesen Das ist wirklich albern Die Ameisenart Mizozepurus smidli Besteht nur aus weiblichen Tieren Die sich durch Klonen fortpflanzen Im Interview hört ihr dann gleich auch noch einen Begriff Den ich jetzt gerade nicht mehr zusammenbekomme Der das beschreibt, was ich jetzt so ein bisschen behandle Wie wäre es, wenn unsere Welt frei von Sex wäre Wenn wir uns klonen würden Und es keinen Sex gäbe Es gäbe keinen Orgasmus Es gäbe einfach keine geschlechtliche Fortpflanzung Du meinst, ob dann die Welt eine bessere wäre Ja, wahrscheinlich wäre sie eine bessere Man würde sich wahrscheinlich auf irgendeine andere Weise befriedigen Jetzt nicht sexuell und hätte dann genauso Spaß, keine Ahnung, am Klavier spielen Das wäre das neue Sex Und man hätte die ganzen negativen Auswirkungen des Sexes nicht Wie Vergewaltigung etc. Und Schwanz messen Gleichzeitig gibt es auch hier Bonobo-Affen zum Beispiel Die lösen auch Stresssituationen und Konflikte in der Gruppe mit Sex Also es ist ja schon auch so ein Sprachrohr ja irgendwie Also es gibt ja die unterschiedlichen Gründe, warum man Sex hat Irgendwie will ich mir die Welt dann doch nicht vorstellen, ganz ohne Sex Also so nur mit Klonen Und dann ist es ja auch nicht eine Mischung auszweilen Sondern es ist dann die relativ ähnliche Um nicht zu sagen gleiche Person nochmal Und dann kommen wir wirklich nicht weiter Stell dir vor, wir hätten jetzt noch die Menschen, die im Mittelalter gelebt hätten Oder noch früher geliebt hätten Wenn die einfach sich immer geklont hätten Ich glaube, das wäre nix Aber vielleicht auch glücklicher, man weiß es nicht Hätte, hätte, Fahrradkette Die Einwohner der Stadt Amarete in Bolivien Kennen zehn Geschlechterkategorien Bei denen neben dem biologischen Geschlecht Auch das Geschlecht des Ackerlandes Und des ausgeübten Amtes eine Rolle spielen Deren zehn Gender unterliegen einer strengen sozialen Hierarchie Auch interessant Wenn es euch interessiert, lest euch auf jeden Fall mal ein Ihr könnt uns übrigens auch immer Wenn ihr uns schreiben wollt An kontakt.neon Dann können wir euch auch Belege und Links und sowas schicken Falls euch irgendwie eins von den Themen Die wir hier ja nur so ganz oberflächlich anschneiden Geben wir euch gerne auch noch Lesestoff Sehr gerne Wir sind ja nur ein kleiner Snack Und wenn ihr wirklich ein Hauptgericht wollt Dann könnt ihr uns gerne schreiben Du hast auf jeden Fall zu unserem Thema Ein ganz spannendes Interview geführt Auf das ich mich wahnsinnig freue, Ivy Ja, ich habe mit Bricks Schaumburg und seinem Podcast-Gast Tobi Kloster gesprochen Beide sind Transmänner Und Bricks hat einen Podcast Herzfarben heißt der Den habe ich auch schon mal erwähnt Ich finde das einfach Dieser Podcast hat mich so bewegt Und wie gesagt bin ich ja nicht nur hier im Podcast Die Stimme und Ivy Sondern ich mache ja auch andere Podcasts Wo ich hinter den Kulissen mitarbeite Und das ist zum Beispiel so einer Und das ist wirklich ganz toll Es ist ein Brandständer-Podcast Und ich dachte, das ist wieder so ein Thema Wo wir Cis-Menschen Lars, du und ich Also Cis für alle, die es nicht wissen Ist, wenn du mit dem Geschlecht Mit dem du geboren bist Übereinstimmst Und deine äußeren Merkmale Mit dem, was du denkst Was du bist Übereinstimmen So Ich hoffe, das habe ich einigermaßen gut erklärt Aber wir Ich bin eine Cis-Frau Und ich glaube, du bist ein Cis-Mann Und deswegen ist es natürlich schwer Über so Gender-Sachen zu reden Weil man einfach nicht Sich das ja nicht vorstellen kann Und da hilft es nur Wenn man mit Menschen in den Austausch geht Die das eben leben Und da würde ich auf jeden Fall einmal sagen Hört euch den Podcast an Und hört euch jetzt dieses Interview an Was auch ein bisschen länger ist Als wir sonst Interview haben Go! Unnützes Wissen der Woche Ich sitze jetzt hier in einem Raum Mit zwei Männern Rix Schaumburg Und Tobi Kloster Richtig Sagt mal Findet ihr das jetzt gut Dass ich Männer sage Oder soll ich Transmänner sagen Ich werde jetzt ganz blöde Fragen stellen Das muss ich Einfach jetzt auch mal sagen Und ihr sagt mir Wenn es eine blöde Frage ist Keine Scham Ihr könnt mich auch richtig haten Wenn ich irgendwie was richtig Doofes sage Weil ich glaube Ich würde jetzt diesen kleinen Interviewausschnitt Den wir ja immer bei Unnützes Wissen haben Einfach mal nutzen Um Leuten Die vielleicht nicht in unserer Bubble sind Oder eurer Bubble Ein paar Begrifflichkeiten zu erklären Voll Und dafür brauche ich euch Und ich glaube ganz oft Es geht mir jedenfalls so Traut man sich nicht zu fragen Ja Weil ich ganz oft Angst habe Okay könnte das jetzt Irgendwie Kann ich da jetzt irgendwie Gegen Regeln verstoßen Trete ich jemanden Hiermit auf die Füße Wenn ich die Frage stelle Und Ich habe auch ganz oft das Gefühl Dass ich schon eigentlich Den Punkt überschritten habe Wo ich manche Begrifflichkeiten Eigentlich kennen müsste Wisst ihr was ich meine? Ja Aber es gibt ja auch so viele Begrifflichkeiten Okay fangen wir mal an Seid ihr Männer oder Transmänner? Ist das eine blöde Frage? Ne ist keine blöde Frage Ne Aber da hast du hier auch wirklich Zwei sehr Lockere Gerne Aufklärende Typen sitzen Deswegen glaube ich Ist es gut Überhaupt diese Frage zu stellen Und klar bin ich Ich bin einfach Bricks Wenn ich über Tobi rede Rede ich über Tobi Und wir sind definitiv Männer Ich glaube du würdest auch so Über mich reden Aber Solange wir noch für Sichtbarkeit Und Aufklärung sorgen müssen Trage ich sehr stolz Als ein Trans Sternchen Mann Unter meiner Schauspiel-Bio Oder egal wo Weil es einfach noch Veränderung geben muss Also ich würde mich nämlich Wirklich jetzt Im Moment Vielleicht sind es fünf Jahre anders Aber absolut als Transmann Bezeichnen Weil ich bin kein Cis-Mann Ich möchte auch keiner sein Oder selbst wenn ich es wollen würde Ich bin es halt nicht Und das hat halt auch so Seine Konsequenzen Aber ja Der Idealzustand wäre Irgendwann Dass man einfach sagt Menschen Das fände ich super Aber da sind wir halt noch lange nicht Und absolut da hast du recht Solange das nicht so ist Würde Schreibe ich auch überall noch dazu Trans Und wir dürfen nicht vergessen Was sieht man mir an Und was sieht man mir nicht an Macht mich aber ja nicht Zu einem anderen Menschen Und immer nur so schöne Beispiele Zu zücken Wo man irgendwie sagt Das hier ist eine Transidente Mensch Und es hat einfach gar nichts Mit dem realen Bild zu tun Ist auch nicht gut Es gibt immer noch diese Wunderschönen Bilder Im Film und Fernsehen Wo irgendwie eine Trans Transfrau Als die Prostituierte Mit viel zu tiefer Stimme Gepitcht wohlgemerkt Im Film gezeigt wird Und man pointet die Finger Und sagt hier Das, das ist eine Transfrau Es wird nie eine richtige Frau Und ich möchte nicht Dass so über Menschen geredet wird Wenn ich mit meiner Frau und Kind Durch die Straßen laufe Wir sind einfach nicht lesbar Als Regenbogenfamilie Aber wir sind eine Da kommen wir gleich Zu dem ersten Begriff Den ich tatsächlich Weil das muss man vielleicht Dazusagen Wir sitzen hier zu dritt Weil ich quasi die Aufnahme Für deinen Podcast Bricks hier geleitet habe Herzfarben Hört euch den auf jeden Fall an Da habe ich bei einer vorherigen Aufnahme Einen Begriff aufgeschnappt Den ich vorher noch nicht kannte Passing Was bedeutet das? Dass man durchgeht Als der Mensch Der man sein möchte Es gibt wirklich Gruppen Wo wir Fotos reinposten können Und fragen Gehe ich schon durch Als Mann, Frau Gibt es aber auch keine Regeln Also einfach als Die Person, die man sein möchte Naja, ist halt schon immer noch Ganz klar super binär Im Sinne von Da wird dann halt wirklich Das finde ich so krass In den Kommentarspalten Die Frage ist Eigentlich sehe ich schon gut genug Entweder männlich halt Oder weiblich aus Und dann wird da wirklich So ein ganzer Katalog Quasi abge Merkt man in den Fragen So, aha Das gilt also auch bei uns Natürlich als männlich Und da muss man aufpassen Wenn man jetzt Noch zu weibliches Passing hat In Anführungsstrichen Woran sich das eigentlich bemisst Oder dass dann auch Tipps gegeben werden Wie so Verzichte doch auf die Ohrringe Oder ändere die Frisur Oder, oder, oder Und damit erfüllst du Aber letzten Endes dann auch wieder Diese ganzen Klischees Aha, ein Mann hat also kurze Haare Und eine Frau hat, was weiß ich Immer Lippenstift Das sind so Sachen Puh, wow Das stimmt, das stimmt Ich wirklich Ich versuche keine blöden Sachen zu sagen Aber es hört sich ja für mich Schon sehr beschränkend Schon wieder eigentlich an Ist das Wird das auch viel diskutiert Gibt es tatsächlich sowas Wie toxische Maskulinität Unter Transmenschen auch? Voll Absolut Ja Voll Wirklich Klar, auch da ändert sich viel Und da muss man natürlich auch echt gucken In welcher Selbsthilfegruppe ist man Ist man in der Stadt Ist man auf dem Land Welcher Alterskategorie Also ich Aber ich habe da auch echt schon Lange selber Unsicherheiten gehabt Weil ich ja dachte Ich hätte eigentlich lieber Meine langen Haare behalten Zum Beispiel Und dachte mir aber irgendwann Nee, das geht ja nicht Weil dann bin ich ja nicht Ein richtiger Transmann Weil Männlichkeit ist dann eben immer wieder Da doch verbunden mit den kurzen Haaren Zum Beispiel Das ist so scheiße Ich finde das so scheiße Also Abgesehen davon, dass mir die Haare ausfallen Mittlerweile Gut, wieder so eine blöde kleine Nebenwirkung Ist das eine Testofolge? Ja, voll Ja, voll Leider Und woanders sprießen sie Ja, das kommt auch dazu Aber Apropos Haare sprießen Ich habe meine Beine schon ewig lang nicht rasiert Und ihr seid die ersten Menschen, die ich sehe Und denen ich das zeigen kann Sehr schön, oder? Ich fühle mich geehrt Richtig schön Meine roten Beinhaare Ich habe da letztens Super Letztens noch einen Post drüber gelesen Was wir alles immer nur für andere Menschen machen Oh ja Mein Gott Macht doch einfach alle das Was ihr mit eurem Körper möchtet für euch Ganz viele Geschichten Über eure Erfahrungen Und so hört ihr natürlich Ich sage es nochmal Im Podcast Herzfarben von Bricks Schaumburg Ich würde sagen Weil wir hier ja immer nur so ganz wenig Zeit Für ein Interview haben Ich habe jetzt noch ein paar Begriffe Die ich einfach erklärt brauche Okay So Two-Spirit Aber da kann ich ganz wenig zu sagen Weil das aus der Also ich weiß, dass es ein Begriff ist Der von Indigenen Da weiß ich zum Beispiel auch schon gar nicht Ist das jetzt schon der PC-Term? Mist Aber auf jeden Fall von Völkern verwendet wird Oder wurde oder wird Für Menschen, die sich eben Ja Nicht einem Geschlecht zuordnen Aber der eben wieder was anderes ist Als Non-Binary Weil er eben wirklich spezifisch ist Für Zum Beispiel First Nations Etc Also andere Völker Als jetzt Ich glaube mal Unser westlicher Kulturkreis So wie ich das verstehe Ich glaube Wären wir da aufgeklärter Wäre es definitiv Eine spannende Reise Ich will es jetzt nicht Option nennen Aber für viele von uns Ich glaube damit könnte ich mich Zum Beispiel Sehr gut identifizieren Genderfuck Ich glaube das haben wir gerade Weil einfach ein bisschen Zu viele Labels Und zu viele Boxen Für zu viel Verwirrung sorgen Tobi und ich stehen dafür Dass wir Menschen als Menschen sehen sollten Dann hätten wir weniger Genderfuck Okay also Genderfuck Ist quasi Stereotype Geschlechtsspezifische Merkmale Ja oder alles einkategorieren zu wollen Okay Ich würde eher sagen Genderfuck bedeutet Dass man diese Verwirrung Und dieses ganze Ey dass man bewusst provoziert Und halt sagt Keine Ahnung Ich ziehe mir jetzt hier Stilettos an Als Typ Und 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 Also so richtig Und ich lege es darauf an Genau Und ich lege es darauf an Dass ihr überhaupt keine Ahnung mehr habt Und dann bin ich ja Heute habe ich ein Kleid an Morgen habe ich ein Was weiß ich Ein Anzug an Also so bam So alles mal so richtig schön Fucken Okay Würde ich jetzt Das machen wir Das gefällt mir Das findest du doch gut Ja Allonormativität Das habe ich wirklich noch nie gehört Was ist das? Was? Was steht denn da schon wieder bei? Habt ihr auch noch nicht gehört? Okay Wisst ihr ich habe meinem Werkstudenten Phil Grüße gehen raus Gesagt Phil such mir mal Begriffe Die wir Die ich noch nie gehört habe Die wir jetzt einfach mal klären können Krass Hat er gut gemacht anscheinend Super gemacht ja Allonormativität ist eine Norm In unserer Gesellschaft Die davon ausgeht Dass jede Person Sex und eine romantische Beziehung Haben will Aha Also hat was mit Asexualität zu tun Geht davon aus Dass wir das alle wollen Aber es gibt ja auch eben Menschen die das nicht wollen Naja ich glaube Das haben wir schon alle So ein bisschen Weil was ihr auch im Podcast erzählt Dass sofort gefragt wird Ja wie habt ihr dann Sex Ja Also dass diese Frage Ganz ganz vielen dann sofort Auf der Zunge brennt Wahrscheinlich Weil jeder davon ausgeht Dass man ja Sex hat Ich glaube das haben ja auch Lesbische Personen Dass irgendwie Ja wie soll denn das gehen Ja ja absolut Dass man sofort wissen möchte Als ähm Hetero Wie geht das denn eigentlich Ja Also da muss ich mich auch An die eigene Nase fassen Da gehe ich auch Also ich denke da auch Sehr wenig drüber nach Aber natürlich Klar Es ist ja eigentlich total klar Dass es natürlich auch Menschen gibt Für die das eben nicht Äh Zur Lebensrealität gehört Noch eine Frage Ja Gibt es Dinge Die ihr nicht mehr hören könnt Gibt es Fragen Auch wenn ihr beide Das so ein bisschen transportieren wollt Dass ihr ja Aufklärungsarbeit leistet Und immer für alle Fragen offen seid Und ganz ruhig auf alles reagiert Gibt es Fragen Die ihr nicht mehr hören könnt Auf jeden Fall Aber ähm Mir kam gerade direkt So ein Satz in den Kopf Siehst du Ist jetzt nicht Eine Frage an sich Sondern immer dieses Aber wie kann das denn sein Dass Und was alles Alles was danach kommt Hat immer was damit zu tun Was nicht so ganz Der Norm entspricht Was ich vielleicht Trotzdem noch mache Also wie kann es denn sein Dass du Dich doch als Dragqueen ausgibst Wie kann es sein Dass Du dann mit einem Mann zusammen bist Wie kann es sein Dass du Nicht alle OPs machst Oder wie So Das ist Meistens kommen so Fragen damit Die einfach Wem würde man die so stellen Also Haben wir vorhin Auch drüber geredet Im Podcast Aber es ist ja genau so Uns Wir werden sofort Also nach Genitalien Wird gefragt Nach Dingen Die wir Nicht mehr Sagen möchten Namen Oder Fotos Spricht Also Ja klar Aber Wir müssen Auch mal Auf der Straße Diese Frage Fragen Also ich habe jetzt auch nicht Eine Frage Die ich nicht mehr hören kann Sondern ich würde eher Pauschal sagen Dass ich mir total wünschen würde Dass Leuten mehr bewusst ist Was sie da fragen Also wenn man so wie du Gerade so eine Eingangsbemerkung machen könnte Wie Hey Sorry Ich weiß nicht Ob ich dir zu nahe trete Aber mich beschäftigt halt Eine Sache Dürfte ich dich mal fragen Also einfach mal so Mir vermitteln Hey Mir ist klar Dass das jetzt vielleicht Also ich verstehe Auf jeden Fall schon genug Oder habe selber schon Aufklärungsarbeit geleistet Oder wie auch immer Oder ich verstehe einfach Dass ich einen anderen Menschen Vielleicht nicht einfach So alles fragen kann Das wäre tatsächlich toll Weil dann kann man mich Auch wirklich alles fragen Wenn du halt schon Mit so Respekt einsteigst Ja, aber ich finde Es ist trotzdem auch okay Dass wenn jemand mit Respekt einsteigt Und ich jetzt irgendwie Eine blöde Frage gestellt hätte Dass ihr sagt Nee, will ich nicht beantworten Ja, klar Also selbst wenn Mit Respekt auf euch zugegangen ist Nee, absolut Das heißt Sonst würde das ja heißen Dann muss ich auch alles beantworten Nee, klar Ja Vielen Dank Bitte Gerne Danke dir Und Lars Hast du irgendeinen Von diesen Begriffen Jemals schon mal gehört? Um ganz ehrlich zu sein Nein Also hier Genderfuck Hat man vielleicht schon mal gehört Aber ich konnte mir Unter keinem Begriff Irgendwas vorstellen Und auch hier Sind wir ja wieder Gerade in einem Lernprozess Das heißt ja nicht Dass wir diese ganzen Begriffe Wie so Vokabeln Jetzt lernen müssen Und wissen müssen Sonst sind wir Total ignorante Typen Aber dass man sich Zumindest Einliest Bei der einen oder anderen Sache Finde ich schon sinnvoll Also zum Beispiel Auch diesen Cis Diesen Cis-Begriff Den habe ich ungelogen Erst vor ein paar Monaten Wirklich Also schon vorher mal gehört Aber vor ein paar Monaten Erst gelernt Und Bin mir immer mal wieder Unsicher Was genau das bedeutet Aber solche Sachen Kann man ja zumindest mal lernen Um ein bisschen zu zeigen Dass man Ja Dass einem die anderen Menschen Nicht komplett egal sind Ja auf der anderen Seite Sind es halt auch Das habt ihr ja auch In seinem Interview gemerkt Es sind so viele Dass nicht mal Die Die in dieser Gruppe Von Menschen sind Die damit Taktiklich konfrontiert werden Überhaupt Alle Begriffe kennen Es ist irgendwie so Es ist einfach viel Und ich glaube Aber dann ist es sicherlich Der charmanteste Weg Bevor ich da Traurigerweise Für eine Frauenbewegung Sind auch viele Frauen Veranstaltungsfabrikspodcast Aber es ist Peinlicher Das ist meine Herzensangelegenheit Herzfarben Überall wo es Podcasts gibt Und jetzt geht es Wieder ins Eingemachte Lars Ja es steht Unentschieden Es ist ja auch erst die zweite Folge Beim letzten Mal haben wir versagt Jetzt wollen wir doch mal schauen Ob wir diesmal ein bisschen schlauer sind Und die heutige Frage lautet Die Azteken waren eines der ersten Imperien Die A. Kein biologisches Geschlecht definierten Und somit das soziale Geschlecht Also Gender zur Norm machten B. Die für fast alle Kinder Unabhängig von Geschlecht und Rang Eine Schulpflicht einführten Oder C. Die ihre Körperbemalung Nicht vom Geschlecht abhängig machten Sondern vom Alter des Stammmitglieds Reit? Ja, ja Machen wir mal Eins, zwei, drei A A Ja ich glaube Wir haben ja jetzt In diesen wenigen Fakten Die wir schon hatten Haben wir so viel von Indigenen Völkern gehört Und wie da Gender gedacht wird Deswegen Gehe ich jetzt davon aus Dass es A ist Ich finde auch Dass wir durch die heutige Folge So ein bisschen drauf hingewiesen wurden Dass A richtig sein könnte Aber Wir werden natürlich die Lösung Erstmal hören Und die richtige Antwort ist Antwort B Die Azteken führten als eines der ersten Imperien Die allgemeine Schulpflicht Für fast alle Kinder ein Unabhängig von Geschlecht und Rang Die Kinder konnten zwar fast alle Bildung genießen Die Pflicht implizierte also nicht nur Adelige Oder nur das männliche Geschlecht Aber die Schülerinnen und Schüler wurden dennoch aufgeteilt Das bedeutet Dass die adeligen Jungen im Keimekack Zu Priestern, Hohen Beamten, Ärzten, Richtern und Offizieren ausgebildet wurden Und die Jungen des einfachen Volkes im sogenannten Haus der jungen Männer erzogen wurden Die Mädchen besuchten die Akademie der schönen Künste Wo sie die Tradition der Azteken lernten Ein sozialer Aufstieg war möglich Ja, haben wir schon wieder falsch gelegen Ja, wir sind doch nicht richtig wieder drin im Game Im Business Muss man sagen Leider habt ihr uns reinlegen können Ihr müsst wieder ein bisschen einfachere Fragen vielleicht machen Als sei die letzte Frage nicht einfach genug gewesen Im Thema Physik Ja Aber gut Wir werden uns verbessern mit jeder Woche Wir haben ja wieder eine wunderbare Staffel vor uns Mit tollen Themen Wenn ihr Themenvorschläge habt Dann könnt ihr uns die gerne mitteilen Ihr könnt uns natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen folgen Instagram, Twitter Wir sind überall vertreten Clubhouse habt ihr gehört Ist Ivy auch Ja, voll aktiv auf jeden Fall Ja, abonniert den Podcast auf Audio Now Und wo es den sonst noch so gibt Also eigentlich überall Und bewertet auch bei iTunes Da geht das Es geht nur bei iTunes Das finden wir geil Lesen wir uns durch Schauen wir uns an Geil Sehr schön Ciao Wir haben euch alle ganz so lieb Fühlt euch gedrückt Tschüss Bleibt gesund Unnützes Wissen Der Podcast Den man nie mehr vergisst Jeden Montag Neu Audio Now Subtitel